Die Veto-Spieler-Theorie nach Zibilis Die Veto-Spieler-Theorie des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers George Zibilis versucht, die Möglichkeit einer Änderung des Status quo in Abhängigkeit vom Verhalten von einem oder mehreren Veto-Spielern zu erklären. Veto-Spieler sind individuelle oder kollektive Akteure, welche einer Veränderung des Status quo zustimmen müssen. Dies können institutionelle Akteure wie zum Beispiel der Bundestag oder parteipolitische Akteure wie die Bundestagsfraktion einer politischen Partei sein. Auch das Bundesverfassungsgericht kann in Deutschland ein wichtiger Veto-Spieler sein, da das Gericht die theoretische Macht hat, Gesetze zu kippen. Ohne die Zustimmung aller Veto-Spieler ist eine Veränderung des legislativen Status quo nicht möglich. Die Theorie kann grafisch dargestellt werden. Jeder einzelne Veto-Spieler wird mit einem Kreis dargestellt, welcher die politische Position des Spielers in einer bestimmten Sachfrage darstellt. Dabei ist eine Zustimmung des Veto-Spielers möglich, solange der neue Status quo eines Gesetzes innerhalb des eigenen Kreises liegt. Im Beispiel gibt es drei Veto-Spieler, die politische Position wird durch den jeweiligen Kreis dargestellt. Veto-Spieler A würde einem neuen Gesetz also zustimmen, solange dieses innerhalb des markierten Bereichs liegt. Um ein neues Gesetz verabschieden zu können, muss nun ein Punkt gefunden werden, welcher von allen drei Kreisen abgedeckt wird. Diese Schnittmenge der Positionen aller beteiligten Spieler wird Vinset, genannt. Laut der Veto-Spieler-Theorie wird die Veränderung des Status quo also wahrscheinlicher, je kleiner die Anzahl der Veto-Spieler ist, je geringer die ideologische Distanz zwischen den Veto-Spielern ist und je größer die ideologische Distanz der Veto-Spieler zum aktuellen Status quo ist. Hier sind die Zims und die Veto-Spieler-Spieler. Hier ist die Zims und die Regelung des ip mobilen Gottes-Spieler-Spieler. Hier ist die Zims und die Zims und die Zims-Spieler-Spieler-Spieler. Untertitelung des ZDF, 2020